Abschliessen wollen wir noch einmal wirklich alle Energien führernholen. Sie ist die einzige Athletin, die in dieser Saison mehr als ein Riesensalon-Rennen gewonnen hat. Vier sind es insgesamt. Marta Bassino, die Kugelgewinnerin. Erstmalige Riesensalon-Kugelgewinnerin. Als Ausfahrt ein, zwei Rutscher drin. Aber immer noch dabei. Auch sie sind natürlich der Spieler, ähnlich wie Katharina Linsberger, wenn sie jetzt auch schon ein bisschen Schläge drin hat oder die Piste am einen oder anderen Ort nicht mehr ganz glatt ist, dass sie dort fein rüberfahren kann. Sie verliert in diesem Abschnitt knapp vier Zehntel im Vergleich zur führenden Chip-Rennen. Aber immer noch Position zwei. Ja, da hat sie wirklich schön in den Rhythmus reingekommen. Marta Bassino im Ziel. Bleibt es bei diesen zwei.